Am 17. Juni fand in der Sporthalle des Gymnasiums am Tannenberg in Grevesmühlen die 17. Sitzung des Kreistages Nordwest-Mecklenburg statt. Anwesend waren 53 Kreistagsmitglieder, bestehend aus den verschiedenen politischen Fraktionen. Nachdem Kreistagspräsident Thomas Grote die Sitzung eröffnet hatte und allgemeine Informationen mitteilte, sprach der stellvertretende Landrat Matthias Dietrich über die niedrige Inzidenz im Landkreis, dem Fortschritt im Impfen sowie über das neue Impfzentrum in der Hochschule Wismar. Landrätin Kerstin Weiß war an diesem Abend nicht vor Ort. Der amtierende Landrat Tino Schomann nahm ebenfalls an der Sitzung teil, da er in dieser Sitzung zum neuen Landrat des Landkreises Nordwest-Mecklenburg feierlich ernannt wurde. Ich bin jetzt begeistert, auch ein wenig erleichtert, dass der Akt der Ernennung vorbei ist. Ich freue mich jetzt auf den 9. Juli, meinen Amtsantritt, und nehme mir auch deutlich die 100 Tage fürs Kennenlernen. Das wird sicherlich nicht reichen. Ich habe mit Kollegen schon gesprochen, die meinten, wir brauchen ein Jahr dafür, um die ganzen Strukturen und so weiter kennenzulernen. Die Zeit werde ich auch brauchen, aber nichtsdestotrotz geht die Arbeit ja in der Verwaltung weiter. Und ich möchte jetzt die Abläufe, die Strukturen kennenlernen, um eben daraus auch meine Strategie, meine Ziele umsetzen zu können. Und das ist meine Aufgabe für die nächste Zeit. Und darauf freue ich mich. Verschiedene Kreistagsmitglieder der Fraktion wünschten dem neuen Landrat eine erfolgreiche erste Amtszeit. Erstmal Glückwunsch natürlich nochmal an Tino Schomann. Und zweitens ist natürlich klar, dass er ein glückliches Händchen braucht. Es gibt viel zu tun. Ich sage mal nur ÖPNV, die Verwaltung neu zu strukturieren, das Bauamt umzugestalten im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, das sind drei ganz wichtige Punkte, die wir alle verlangen auch von ihm. Aber ansonsten hat er natürlich erstmal seine 100-Tage-Schonfrist. Das muss man ihm zugestehen. Das ist auch so und das wollen wir auch alle, glaube ich. Ich wünsche ihm viel Kraft, Gesundheit, in der heutigen Zeit wichtig. Und wir hoffen auf eine faire, neutrale Amtsführung. Wir hoffen, dass er in der Kreisverwaltung Akzente setzen kann. Wir hoffen, dass er das, was er in seinem Wahlprogramm sich vorgenommen hat, auch umsetzen kann. Und wir hoffen insgesamt auf einen Neuanfang hier im Kreis. Ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall natürlich viel Erfolg, Schaffenskraft und auch Mut. Es gibt viele Dinge zu verändern. Ich glaube, er hat das richtige Format dafür. Und ja, insofern wünsche ich ihm alles Gute. Und vielleicht können wir ihm alle ein Stückchen auf dem Weg helfen. Und wir sind dafür bereit und denken, dass wir damit die richtige Entscheidung getroffen haben. Und dass es jetzt vorangeht für den Landkreis. Die Amtszeit von Tino Schomann beginnt offiziell ab dem 7. Juli für eine Dauer von sieben Jahren. Bis dahin wird er durch Landrätin Kerstin Weiß eingearbeitet.